Guck mal, du müsstest so Einzelschuss-technisch vorgehen, und der Baller da rum, der Paddy cheatet. Ich hab jetzt fünfmal genau auf den Kopf geschossen, nichts ist passiert. Der Markino auch, der Cizzo auch, der Malus auch. Filmt, filmt alles. Der Markino ist mir aufgefallen, der Cizzo ist mir aufgefallen, und dem Malus, ich hab... Ey, das ist unglaublich, ich haut ihm eine Granate vor die Füße, und mit der AK noch so ein Schuss hinterher, und der fällt nicht um. Nein, nein, Alter, so schlecht bin ich nicht, Alter. Wir haben 100 Diamanten! Ja, ich auch nicht. Und ich flieg auch nicht raus mit dem Server, weil es in Ordnung ist. Ich kann's mir nicht erzählen, Alter. Wir haben gestohlener Diamantenzeug! Ich play 4 erlaubt! Nein! Nein! Immer die, die Papi ist, ne? Genau die! Wir haben genau die, die wir gesorgt haben. Keine C4! Keine C4! Keine C4! Die Diamanten gehören uns! Sie müssen sie beschützen! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Die Gegner haben Diamantenzug! Das heißt, dass meine Diamanten! Ich hab' das mal gemacht! Ich hab' das mal gemacht! Ich hab' das mal gemacht! Das ist das mal gemacht! Ach, ich seh' auch grad! Der Punkfaster-Schutz, der ist gar nicht an! Der ist überhaupt nicht an! Warum ist denn da kein Punkfaster-Schutz? Ich mach mal ein Screenshot von, ne doch, ja doch, auf F10, was sagst du mal, ne F10. Raps hab ich jetzt mal ein Screenshot gemacht. Klar, genau! Auf die Serverliste, ne? Mit Spielern. Hey, zwei Leute haben mit aufm Fettig geschlossen und ich krieg dann den auch noch voll rein. Hey, das gibt's nicht. Anstatt dem Filter, machst halt die Spielinfo, dann klickst du auf F10 vs. LSS, ja, und dann hast du da Tankfasserschutz, nein, Passwort ja, ne, also dediziert nein, Passwort, dediziert nein, Moment mal. Ah, ist ja auch noch scheiße. Passwort ja, Tankfasserschutz nein. Aber wollen Profis dann, hm? Ja, um Chi dann vorzubeugen. Ja. Der Gegner hat meine Diamanten. Stellen sie den D, sofort! Dass die nur 7 sind, das ist kein Problem, wir haben ja zugestimmt. Aber dass der Punkbuster nicht an ist, Punkbusterschutz. Haben wir nicht zugestimmt. Das kann ich jetzt nicht verstehen. Haben sie auch nichts gesagt. Wir hätten jetzt direkt auffallen sollen, ich hätte nicht wirklich viel. Ja, da fehlt alle vom Server. Alle vom Server. Nicht zu spiel. Nicht zu enden ist. Und alle schreiben PB. Not on. Ihr geht alle vom Server, sonst verlieren wir also. Ja, nö. Ja. 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 Ja.